Moin! Hallo! Und herzlich Willkommen bei FreshCourse! Das ist Lena. Sag, dass du Lena bist. Ich bin Lena und das ist Tessa. Sag, dass du Tessa bist. Ich bin Tessa. Ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, wir müssen es immer noch rausstellen für die Leute. Vielleicht bleibt es noch einfach ein Mysterium, ist mir auch egal. Wir schauen heute Make Love Fake Love und die Folge habe ich gerade erfragt. Fünf. Habe ich nämlich wieder vergessen. Ach so. Na ja, super. Wir sind ganz gespannt, denn Xander hat zuletzt den Schlüssel bekommen. Ist ja so. Für die Übernachtung. Meinst du, wir kriegen jetzt schon die Szene, wo da geduscht wird? Nee, ich glaube erst später. Aber heute wird dieses komische sein mit dem Rummachen, wo man dieses Tattoo von Xander sieht. Trust no one. Wir haben sie gerade mal durchgesagt bekommen. Trust no one. Nee. Ja, und ansonsten bin ich mal gespannt, wie Nico jetzt noch drauf ist. Wegen des Schlüsses. Und ansonsten können wir euch an dieser Stelle natürlich nur das Interview mit Antonia empfehlen. Denn wir haben uns letzte Folge sehr darüber abgefuckt mit dem, wie oft möchte sie jetzt noch fragen, äh... Ach, das war ein Ding. Und da meinte sie aber auch, naja, das war übelst oft auch einfach nur geckig gemeint. Ja, ne, schaut da mal rein. Es ist hoffentlich verlinkt worden. Ansonsten sollte es nicht allzu lange her sein. Haben Lena und Martin gemacht, falls ihr jetzt mich dort vermisst. Sorry. Aber wir haben auch noch ein Exit-Interview. Ich übernehme das einfach. Ja, mach. Es ist so. Exit-Interview mit Manuel und Camilla geführt. Das kommt diese Woche raus. Ja. Hoffe ich zumindest. Da werdet ihr natürlich noch drüber informiert. Es war sehr spannend, möchte ich mal wirklich sagen. Weil man denkt jetzt erst mal so, Manuel, was will man ihn fragen? Ja, was will er jetzt groß erzählen von seinen 48 Stunden? Ich fand's cool. Ja. Aber ich fand's richtig cool und ich war auch hier und da überrascht. Stellt euch das mal vor. Und jetzt. So, wenn ihr Make Love Fake Love schauen wollt, dann macht ihr euch natürlich bitte ein Account bei RTL Plus. Und, ähm... Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Oh, da war jetzt da in der Bio. Oder gebt einfach RTL Plus bei Google ein und klickt da drauf. So, bei mir sind jetzt Frühlings-Vibes angekommen. Deswegen hat Martin... Ich hab in die Backstube... Martin hab ich reingegeben, bitte in Frühlingskuchen. Hat er gesagt, na klar. Hier ein kleiner, feiner Frühlingskuchen für euch. Mit Frühlings-Sweebel. Ja, mit Früh... Oh, ganz lecker jetzt so früh am Morgen. Alter, würde ich essen. Und wir starten rein. Ne Quiche! Wer kommt denn da? Na, wer kommt denn da? Na, hallo? Sieht ja aus wie ein kleiner Bubi. Der sieht ja aus wie ein Christian aus Bensberg. Hab ich doch gestern Freitag bei Breaking Trash gesehen. Äh, Chrissy? Ein neuer Hirsch trappt ins Revier. Boah. Was? Ein Gestell? Was ein Mann? Möchte ich ja gleich mal schon mal sagen, was ein Gestell? Wenn das jetzt ein Mann... Also ne, das Typisch, wenn das ein Mann gesagt hätte, wäre es so heftig abgefuckt gewesen. Ja, aber wir... Also fucken wir auch so ab, haben wir noch nie gehört. Ich verkratze, aber wir packen es ja jetzt auch nie geil. Wer hat das denn... Wer sagt denn das? Ein Gestell? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich die gleiche Person, die auch diese Ansagen für Janine schreibt. Lassen wir, ein neuer Hirsch. Trab auf dem Platz. Äh? Was? Hi, Köln! Wo kommst du her? Geil! Bensberg, Maus. Sie ist natürlich eine Granate, muss ich sagen. Ah! Also ist der für mich Main-Character flutsch und weg? Oh Gott. Jaaa! Also wie kann man so flutschi mäßig aussehen? Der ist komplett flutsch und weg. Alter! Wirklich, und jetzt flutsch und weg. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den finde, ich sag's dir ganz ehrlich. Also ich... Also... Also erstmal, ja, ja, also Maus Bensberg ist halt locker ne Dreiviertelstunde weg von Köln. Warte, ich komm aus Köln! Das weiß ich. Ich bin ja eigentlich auch in Berlin aufgewachsen, das war ne Stunde mit dem Auto. Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal hier kurz privat werden. Wurde, ähm, hatte ich am Wochenende ein Gespräch und dann meinte jemand, ähm... Ja, woher kommst du? Ich so aus Dresden und du? Ja, kind of. Ich so, was denn dann? Knärschwitz hinten links oder wo denn jetzt? Pirna, was ist denn kind of? Na, Thüringen. Hä? Es ist ein anderes Bundesland. Und da hab ich gesagt, ich sag dir da auch nicht, dass ich... Das ist zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, ist es weg. Da hab ich gesagt, das ist wie wenn ich in Berlin sagen würde, ich komm aus Berlin. Oder ich bin in Berlin und behaupte in Berlin. Ich komm aus Berlin. Das geht gar nicht. Das ist so... Und dann hat er das nie eingesehen und dann hat er gesagt, ja chill, weil ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Und ich so... Das ist einfach... Das ist Bundesland. Falsches Tatsachen behauptet. Also soll man nochmal Geografieunterricht machen? Oder pendelt der? Ne, auch ne. Hä? Meintest du mit kind of, du kamst ja her, aber wohnst jetzt hier? Nein. Also das war einfach wahnsinnig. So, und das hab ich gerade nochmal oben hier wieder privat geschlossen. Ähm, Christian könnte einfach für mich ein Kumpel von Max Willschrei sein. Ja, volle Kanne. Aber so einer, wo du denkst, Mensch, wer ist denn da dabei? Und dann entpuppt der sich als so ein heftiger Fuckboy. Ja. Wo kommt denn das her? Oder wir sind jetzt natürlich wieder schnell in der Schublade, dass wir denken... Ich bin schon drin. So, hier, ihr bist da fuckboy und am Ende wird er noch ein richtiger Cutie. Ich würd's mir wünschen, aber die Art und Weise, wie er irgendwie gerade mit ihr geredet hat, denke ich schon, ein bisschen weniger geil fühlen, wenn's geht. Aber vielleicht ist er auch nur ganz aufgeregt. Gib Antonia einen Kuss auf den Halt. Hallo. Freut mich. Äh? Zeig Antonia deine Lieblingssexstelle. Au! Leck Antonia über den Unterschenkel. Äh, was? Oh mein Gott! Ich stimme einen anderen Mann, der Antonia einen Kuss geben darf. Also ich muss natürlich ein Vergeben im Mann rantschicken. Leute, wir müssen gerade noch mal kurz sagen, wir wussten ja, dass Antonia jünger ist. Aber das Geburtsjahr hat bei uns gerade noch mal so krass gekickt. Und hat Zoom gemacht. Aber eben in einem komischen Sinne. Die Maus hat ja am 1. April 2000, ist die geboren. Und hat am 1. April 2000. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Nee. Also allen Leuten, die vor 2000 geboren sind, kommt ab 2000 vor, als würden die Leute niemals verlierlich werden. Als ob die gerade aus der Grundschule sind. So. Aber ich meine, die ist auch nur 5 Jahre später geboren als ich. Also ich war 5, als sie geboren wurde. Oder ist jetzt noch nicht viel passiert bei mir? Ich war 6 Jahre alt. Ich war eingeschult. Ich war halt 1. Klasse. Hm. So. Das ist ja nicht schlimm. Und ich wollte jetzt nur noch mal sagen, euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Wieder ganz unangenehme Aufgaben. Wieder ganz krass Alto-Vibes. Und ein bisschen äh. Aber sie fühlt es. Sie ist ein junges Girl. Und ich finde es auch gut, dass jetzt jemand... Und das darf so sein. Dass da auch mal so Sachen draufstehen, wo ich jetzt denke, puh. Also nicht schwierig, aber ich würde mir jetzt nicht von einfach so einem random Boy mal den Oberschenkel ablecken lassen. Aber dort, für das Setting, was dort herrscht, finde ich das gut, dass die auch mal ein bisschen aus ihrer Shell kommen. Ja. Mal raus und... Ihr wisst doch, der zuckende Zungenmann. Ja. Oh! Ich würde gern den Dustin reinschauen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hey, das war ein Pussy eigentlich. Also, es ist ja bestimmt abgesprochen, dass ein Kuss in Ordnung ist. Und dafür hat er jetzt... Also, er hat... Ein Bussi würde ich jetzt nicht mitgehen. Nö. Für mich war es schon mehr als ein Bussi. Ja, aber auch... Aber auch nicht so wie Baby, komm her. Ja, und ich weiß nicht. Bei mir hat es gerade mal so gekickt, dass ich mir auch vorstellen kann, dass er... Also, nicht nur die Frauen das unterschätzen, sondern auch so... Gerade so ein Mann wie Dustin. Der sich so denkt, ach na komm und wir sind uns... Wir sind easy miteinander. Und das ist ja ein Kuss so, ich würde jetzt nicht intim werden mit ihr. Ja. Aber dass dann vielleicht, wenn es dann passiert ist, das wahrscheinlich dann auch so geht, so... Scheiße. Ach, irgendwie jetzt so... Boah, eine andere Frau so zu küssen irgendwie. Weißt du, weil sonst wird so Küssen so lapidar abgestellt. Ja. So, ach ja, war mal ein Kuss. Ah. Also gut, wenn ich jetzt jemanden hätte und er würde sagen, er hat vorangeguckt... Alter, du kannst sofort dich mal überdenken gehen, aber ohne mich. Fico raus an dich. Das wüsste ich ja, weil er das so macht. Aber halt dann in der Situation für dieses Spiel, wenn du das so... Ach, wir wollen bekannter werden. Wir wollen den Jackpot da mit nach Hause nehmen. It's coming home. It's coming home. Und dann kickt's halt. Es kann sein. Es hat nicht Sinn gemacht, aber ihr könnt mir folgen. Also doch, ich glaube. Du hast nämlich einfach eigentlich von Anfang an als erstes schon gesagt... Mein unterschätztes. So, genau. Und ich bin auch gespannt, vielleicht erleben wir das dann ja jetzt auch zurückhaltender. Und dass er denkt, das war überhaupt nicht mein Ding. Ja. Gott. Oh, der bricht auch nicht. Nein. Und da möchte ich euch auch nochmal das Interview mit Manuel ans Herz legen. Auch wenn er nicht viel mit Antonia zu tun hatte, kriegt man da auch nochmal einen Einblick. Kriegt man da auch mal einen Einblick, wie das nämlich für vergebene Männer ist, die ihre Freunde lieben. Ja. Richtig. Zeig Antonia, wie du sie intensiv küssen würdest. Würdest? Aber wie zeigt man das? Also... Ich glaube, die anderen haben es nicht so gut gefallen, aber... Kann mir wieder andere Gedanken machen, keine Ahnung was. Jetzt habe ich wieder so diesen bisschen, wie soll ich sagen, Abturnen. Ich war aber gerade richtig schockiert, dass das seine Stimme ist. Wenn der mehr als einen Satz redet. Danke, ja. Wer redet denn da? Oh, ich dachte gerade... Weil mit Antonia ist die ganze Zeit so... Wo ist die schon? Um den Schlüssel? Ich... Und das ist so, ich bin auch richtig abgefuckt. Und bin so, hä? Who's talking? Und ich dachte gerade, nee, wenn du das jetzt raushaust, weil Tessa dann wahrscheinlich sagt, Na Maus, sie in der fünften Folge hat schon ganz viel in der ersten gesprochen oder so. Nee, ich hab's auch so gefühlt. Wow. Was ich am uncoolsten fand war, dass halt James wie Toni geküsst hat. Auch mit dem Schlüssel, wie gesagt. Aber deswegen war ich nicht der Erste, der sie geküsst hat. Und das ist das, was mich abweckt. Ist halt dann nicht mehr so ganz was Besonderes. Oh, hä? Oh, Maus! Ich hab's nie als erstes geküsst. Ich hoffe, meine Freundin verzeiht's mir. Alter, wie kann... Ich bin so... Ich bin wirklich... Ich bin recht sauer auf den. Der fuckt mich wie mit's ab. Naja, also das ist halt... Es ist halt schwierig... Also wir versuchen mal rauszufinden, was Xander außer die Gesichtsausdrücke anders macht als jetzt Nico oder so. Warum wir bei ihm so... Weil der keinen Spaß hat. Ja, weil der einfach... Ein bisschen zu verbissen. Ehrgeiz... Ja, ist wichtig. Aber du darfst nicht verbissen sein. Und mach dich mal locker. Xander, du wirkst, als hättest du nur einen Stock, einen riesen Baumstamm im Arsch. Wozu? Also klar, ja, deine Freundin sitzt da. Aber du bist nicht verklemmt wegen deiner Freundin. Man merkt es halt leider, dass es nicht wegen der Freundin ist. Das wäre auch nochmal ein anderer Fall, wenn es so wäre. Aber er ist halt auch nicht so verbissen wie Marcel. Der uns dann auch ein bisschen nervt, weil er immer bei Antonia die ganze Zeit dran ist. Was da aber irgendwie okayer ist als er. Weil er ist verbissen, aber er geht irgendwie nicht auf sie zu. Und sie geht ständig auf sie zu und er macht gar nichts. Und sie sagt so, Alter, du hast es voll raus. Ja. Und er ist halt so wie, ja Babygirl, ich hab's übelst raus. Ich hab das hier schon richtig gemacht mit dem Schlüssel, Alter. Ich denk so, äh, äh. Und das fuckt mich einfach so übelst heftig ab. Ja. Und da kann die schulde Nase auch nichts mehr richten für mich. Und das ist krass. Ich hab das Quarton verloren. Ich hab gestern das Spiel als Zweiter abgeschlossen. Dann bin ich jetzt halt auch Zweiter. Und das können wir nochmal mit dazu sagen. Ja. Trink erstmal. Ähm, er fuckt sich gerade so krass ab und er schläft heute noch bei ihr. Du könntest dich einfach nur chillig zurücklehnen. Ja. Und es war ja auch vor allem ein Kuss im Spiel. Also weißt du? Ausspiel. Hä? Es war nur Ausspiel. Äh. War bei dir Ausspiel? Bei mir war im Spiel. Ach so. Im Spiel. Äh, jetzt hab ich nur Ausspiel gemacht. Ja, schon ein komisches Gefühl. Schon nicht ohne hier. Ich wusste auch gar nicht, dass, ähm, Zander die Frau im Haus ist, um die alle buhlen. Also er wurde jetzt öfter einfach schon gezeigt als Anton. Aber, aber ich glaube, das ist so ein Dreikampf. Momentan. Ich wusste, worauf ich mich darauf einlasse. Aber ich dachte mir, okay, gut, du bist jetzt der. Wie fern der ist denn? Ich glaub, du hattest du schon mit dir einen Kuss? Sei ehrlich? Ja. Aha! Eigentlich war das ja gelogen. Sie hat mich ja geküsst. Hier, ähm, Videobeweis bitte. Heimaregie hier, Videobeweis. Es ist ein gemeinsamer Kuss. Also, hör da. Hä? Und der hat auch so gemacht. Ja. Tschüss. Ich dachte auch, dass er das, ja. Ich so, oh Mann, Nico. Seid mal wieder cool jetzt. Ich sag euch jetzt einfach mal in die Runde, ciao. Jetzt zu der Toni. Ich glaub, er weiß, dass ich Interesse an ihm hab. Das möchte ich mir auf jeden Fall später auch noch mal zeigen. Wundert dich nicht, warum ich trockene Lippen hab. Das liegt hier an der Luft. Geht ihr vielleicht noch mal in die Wanne oder macht ihr irgendwie noch ein Gespräch? Geht ihr jetzt einfach nur zusammen schlafen? Ich hab euch ne Zähneputzen sehen. Wo ist die Nightroutine? Also, die haben doch bitte hoffentlich wenigstens vorher noch irgendwie gelabert oder was. Der kommt doch da jetzt nicht hin und zieht sich aus und die liegt schon im Bett. Erzähl mir doch nicht. Na ja. Ich erzähl dir doch. Erzähl mir doch nicht. Wir sind jetzt mal alle ehrlich miteinander. Wie oft gab's nen Call und dann kam ein Dude bei ihm genauso an. Dass ich jetzt nicht groß mit dem geredet hab, sondern ich lag halt dann im Bett. Bei dir wär ich wirklich schwer enttäuscht. Du willst die Lippenpflege? Gut. Geil, ne? Okay. Erzähl weiter. In so ner Situation war ich selten. Da muss man sich schon beherrschen. Also, ich find krass, wie lange Lisa sitzen bleiben kann. Warum auch immer, sie darf dann nicht auffallen. Aber ich glaub, ich müsste dann gehen. Ich hasse auch wirklich, ich hasse das. Also, entweder ich bin zu, wie nennt man's? Prüde? Altmodisch? Keine Ahnung. Ich hasse das, wenn dann da vergebener Mann ist und dann sagt, oh ne, in so ner Situation muss man sich schon echt zurückhalten. Wo ich mir so denke, ich erwarte das eigentlich von dir, dass du dich da zurückhalten kannst, weil du vielleicht an mich denkst. Also, das Ding ist, es ist halt eine abgefuckte Show. Volle Kanne. So, die müssen irgendwie, also sag ich auch direkt so, die müssen ja mindestens knutschen. Ja. So. Ähm, aber Alter, das ist das gleiche für mich wie Temptation Island. Wie willst du diese Bilder jemals wieder vergessen? Geht nicht. Es geht nicht. Und vor allen Dingen, wenn es ihm dann auch noch so leicht fällt irgendwie. Ja. Und danach halt so ein Satz kommt mit, man muss sich da ja echt zusammenreißen. Also, sag halt lieber nicht. Sag das doch einfach nicht. Ich freu mich. Er ist deiner. Ja. Kannst leider nicht mehr für mich behalten. War schon sehr innig halt. Finde ich auch. Also. Sehr lange. Ja. Sehr ausgekostet. Dominik. Also, entweder ist er ein absolut krasser Schauspieler und hält sich an unsere Regeln, oder er ist einfach, äh, ein Arschloch. Ich finde, die ist richtig krass gefasst. Ja, aber ich glaube, die, also ich finde, die wirkt auch so wie, gleich brechen die Dämme, aber irgendwie ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass die krass gefasst ist und dass sie halt eher so ist wie, will er mich eigentlich komplett verarschen? Und so halt, so nicht traurig ist und sich so denkt, ach man, was habe ich falsch gemacht so mäßig? Sondern eher so ein bisschen ist wie, das müssen wir klären. Mhm. Und wenn er das ernst meint, dann bye. Aber natürlich trotzdem den Schock. Ich weiß auch nicht, ob man das so richtig rafft und ich kann mir gar nicht vorstellen, was da in einem vorgeht, weil sie weiß, sie hat ja auch gesagt, naja, wir haben gesagt, Küssen ist erlaubt und theoretisch, also wenn man nur die Sache an sich betrachtet, hält er sich bisher noch an die Regeln. Aber ich weiß, es ist natürlich auch nicht besser, wenn jetzt die anderen da noch sagen, ach das war schon, das war schon sehr intensiv. Das sage ich, bitte lass das. Hoffentlich meint das nicht so, ne? Lisa, wow. Oh Mann, ne. Natürlich macht mich das geil. Dann würden wir miteinander rummachen. Fragt deine Freundin dazu, dass ich dich zum Platzen würde? Ich habe immer noch keine Freundin. Ich sage jetzt auch mal was, ihr könnt mir mal erzählen, was ihr wollt. Bei Max Bohrmann hat man das Tächtel-Mächtel untenrum deutlich gesehen, ja. Aber wenn er jetzt da bleibt und die zusammen kuscheln, dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass er trotzdem mal unten... Angefasst wird? Ja. Na klar. Und sie ja auch bei ihm mal anfassen wird. Ja. Und er ja auch mal an die Brust. Ja, ich bin ja auch, das wird auch jetzt schon passiert sein. Finde ich abartig. Und da haben wir schon wieder das, was du vorhin meintest, wo wir bei dem Kuss drüber geredet haben, dass man... Weißt du, so sind wir ja. Ja. Na ja, jetzt hat er sich ja geküsst, der Dustin, eine Sekunde und jetzt ist er bestimmt abends im Bett. Ja. Mann, Scheiße. Und der schamlos macht er mit der da rum und kriegt da einen Ständer und sagt... Ich dachte auch gerade so mit der Aussage, klar werde ich geil, wenn wir rummachen. Er muss ihr ja immer noch verkaufen. Aber muss man es sagen? Sie wird es doch spüren. Also warum musst du es jetzt nochmal so auspointen? Ich hasse das. Weißt du, und da bin ich auch im inneren Zwiespalt mit mir selber, wo ich denke, okay, es ist vielleicht auch einfach, es ist einfach so vom Naturell her, dass der da jetzt einen Ständer kriegt. Aber ich fuck das ab. Ich finde das eine Frechheit. Richtig. Und auch Fakt ist, Leute, wir versuchen eigentlich hier gerade Xander zu helfen. Wir wollen ja eigentlich gerade sagen, na ja, vielleicht muss er das halt so machen, aber wie weit geht's? Nee. Reicht? Ab dem Moment, er findet es ja einfach wirklich geil. Das ist nämlich der Punkt. Er findet einfach wirklich geil, weil er Antonia einfach wirklich geil findet. Und da sind jetzt hier gerade viele Gedanken an Lisa. Kein einziger. Ich konnte auch irgendwie nochmal dadurch, dass wir uns so nahe gekommen sind, viel mehr Vertrauen zu ihm aufbauen. Also, Alter, der kann morgen diesen Abend nicht mehr benutzen. Du auch. Es hat mich geärgert, dass Xander diesen Love-Key bekommen hat und dass ich nicht der Erste war. Dieser Key ist der Key zu Love. Ja. 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 Und jetzt sitzt sie hier. Ja. Und wo ist sie? Was wird sie machen? Oh, Xander Clay. Ich meine Xander. Das war richtig geil. Oder Männer, was soll ich euch sagen? Ja, so. War schon echt ne heiße Nacht. Du musst auch die Augenbombe machen. Habe ich. Wann siehst du nicht durch meinen Pony? Mhm. Ist gut geschlagen? Ja. Nicht viel, aber gut. Ich muss jetzt erstmal kurz aufs Klo. Ja. Ja. Der Klassiker. Hat sie ihn geküsst? Ich habe das nicht so wahrgenommen. Sie hat ihm die Andeutung gegeben. Also, bei diesen 398.000 Küssen, die wir da gesehen haben, ist es halt auch wirklich egal, wer da jetzt wen geküsst hat, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du das? Ist völlig egal. Oder? Und ich war ja, erst habe ich gedacht, nehm aus. Nicht, dass sie sich jetzt versucht, irgendwie da so ein bisschen eine Sicherheit zu holen von den anderen Girls. Oh Gott, ja. Dann dachte ich aber, okay, nee. Weil sie meinte ja, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass der Kuss von ihr ausging. Und dann möchte ich auch bitte an die Girls da drin appellieren und an den Boy, dass die jetzt nicht versuchen, ihr zu sagen, ach, es wird schon alles gut. Weil sie fängt jetzt an mit, na, ich habe es schon so wahrgenommen, dass es von ihr aus kam. Ja. Da wird hier was reingepflanzt, wo ich sage, das gehört da nicht hin. Gar nicht rein. Null rein. Raus, raus. Flutsch und weg. Ich bin irgendwie so leer jetzt. Obwohl es nicht mein Partner ist. Obwohl es ja eigentlich nicht über die Grenzen gegangen ist. Ja eben, es ist halt eure Atma. Ich habe es unterschätzt. Ich dachte, ich wäre stärker. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Die ganze Zeit, ich habe es mir versucht irgendwie schön zu reden, aber ich will es gar nicht mehr. Gemeinsam mit Okan und Julian kannst du heute eine Yoga-Session am Strand genießen. Alter! Und wir wissen, was da passiert. Das muss auch passieren. Ein Yoga-Date mit Okan und Julian, kann man nichts langweiligeres vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Julian dann so ganz unangenehm wird und sagt, Yoga-Stillungen? Ja, ich kenne ja eigentlich eher, ich kenne mal Sutra oder irgendwie sowas. Irgendwas Unangenehmes wird passieren, weil sie eben auch gesagt hat, wo bist du hin? Du bist aus meinem Blickfeld verschwunden, gib ein bisschen Gas. Und ich glaube, es wird cringe. Und Okan macht wieder gar nichts. Und was wir meinen mit, was jetzt passieren wird, naja, der Blick rüber zur anderen Villa. Side Eye! Also zum Bungalow. Und zwar einmal den Julian und den Okan. Yoga-Session am Strand. Oh, Dennis! Es hat was mit Anstand zu tun, sich irgendwann, spätestens am fünften Tag, eine andere Schlippe anzuziehen und darüber eine Hose. Diese ausgeleierte graue Buchse, in der ich wissen will, wie viele pinke Tröpfchen dort schon drin sind. Und, ja, die Spur meine ich. Ja, genau die. Hoch jetzt umziehen. Und mal waschen. Weil ich hab auch das Gefühl, er hat mich nicht gewaschen. Obwohl er das macht, das sieht ja sonst gepflegt aus. Jetzt ist aber die Buchse, die es mitbringt. Ja, die geht nicht. Hast du? Ja. Oh, gut. Und jetzt muss ich es ein bisschen ran aufziehen, ne? Nee. Und da haben wir, also wie kann man denn als ersten Satz oder als zweiten Satz gleich schon so eine Scheiße erzählen? Julian? Wirkt für mich ja auch viel, er darf das noch gar nicht. Nee. Eigentlich erst 15. Lass ab, bitte. Lass wirklich ab. Weißt du, was das für eine Szene ist? Früher bei GZSZ, wenn die sich mal geküsst haben und Joe Gerner inne hatte, da ging es immer in der Hände. Und da musste ich es so machen. Ja. Hab aber immer so gemacht. Beim Kuss? Durftest du auch nicht gucken? Ja, ich hab ja schon echt... Wie bei uns bei YouTube. Nee, aber ich hab schon früh mit GZSZ angefangen. Oh ja. Und dann werden solche Szenen ja dann trotzdem manchmal auch so ein bisschen sexualisiert. Und ich meine, ich war halt wirklich 5 oder so. Ja. Aber es ist so, hier möchte ich es so machen und so. Ja. Was? Wurde doch schlimmer, ich weiß jetzt schon. Haben wir unseren Augen gar nicht getraut, was macht die hier eigentlich? Ah. Ah. Oh mein Gott. Ein bisschen lauter. Das Schlimme ist... Oh Gott. Das ist ja so unerkenntlich. Es ist halt so peinlich. Ja. Und er denkt ja, er ist so macker. Ja. Und jetzt... Denkt mal so, spurt mal so an die Geschichte zurück, wenn ihr auch schon ein paar Männer kennengelernt habt. Männer, die ja so sind, vorher... Mh. Mh, mh. Mh, mh. 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 Im Bett ist ja eine Regenzeit. Und keine gute. Keine gute Regenzeit. Nee. Da stehen ja fünf Leute im Hintergrund. Das sind ja die Vergebenen. Ich war jetzt schon geschockt, weil ich heute das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, hey, das sind wirklich noch vergebene Jungs in der Villa. Ganz links könnte zu dir passen, oder, Okan? Zu mir? Ja. Aber ich habe doch gesagt, dass ich auf London stehe. Warum denkst du schwarzhaarig? Also, ich glaube, Julian und Okan sind definitiv nicht vergeben. Die haben sich heute überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich hätte mir an ihrer Stelle gedacht so... Das wurde ja ausgewählt, mit wem sie auf dieses Yoga-Date geht. Sochten Sie nicht, sehe ich die ausgewählt? Nee, ich glaube nicht. Es wurde angestellt in dem Brief drin. Und da würde ich doch denken, als ob die mir zwei Single-Männer mitgeben. Da ist mindestens einer von denen, die mit hier drin sind, von dort. Nee, also die waren da so chillig. Nee, und ihre Logik war ja, dass gerade nicht die Vergebenen ihre Frauen sehen durften. Und da denke ich so, ah ah, don't believe it. Wir sind auf jeden Fall Gesprächsthema heute Abend, Leute. Ja, ist ja auch gut so. Stopp mal, stopp mal, stopp mal! Gita hatte eigentlich am Morgen danach was anderes an. Hatte jetzt aber wieder das an, wie gestern Abend, als sie erst den Kuss gesehen haben. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass hier dieses Date... Aber ich hinterfrage hier alles. Glaubst du, dass das live gezeigt wurde? Ich glaube nicht. Wie Xander in dem Bett ist. Xander meine ich. Ich glaube nicht, dass das live gezeigt wurde. Ich glaube, das wurde dir einfach... Dann abends jetzt an dem Tag gezeigt? Irgendwie so. Naja, irgendwie so halt. Auf jeden Fall, hier, hau mal es mir hin! In welchem Yoga-Buch hast du das gestern gelesen? Ja, das habe ich gefunden bei mir unter dem Kopf. Also... Ein... Ich... Entwickelt! Also den habe ich... Der hat sich eh schon eine ganze Zeit entwickelt in dieser Folge. Aber jetzt halt noch mehr. Also ich würde den so glade los rausschmeißen. Ja. Wie unangenehm kann man denn sein? Ja. Weil ja... Also so egal, ob er vergeben ist oder nee. Ich würde ihn einfach nicht mehr um mich haben. Nee, ich möchte, dass er einfach geht und mich nicht anfasst. Mir hier nicht irgendeine... Also mich nicht in irgendwelche Positionen reinballert. Und bei jeder Scheiße, die ich mache, wenn ich aus dem Stroheim kriege, sagt... Oh, könnt ihr auch ein bisschen tiefer rollen? Ja. Und deswegen sage ich... Ich habe zwar in der letzten Folge schon gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass da eher so 20-jährige Girls of You dann abfahren. Ja. Weil das einfach noch nie besser wissen. Ja. Ist auch nicht schlimm. Ich habe endlich mal gezeigt, dass ich auch durchsetzungsfähig bin. Du bist hier nicht beim Jobinterview, wo du durchsetzungsfähig sein musst. Hä? Du sollst vielleicht einfach mal ein bisschen Feingefühl, Anstand und ordentlichen Humor haben. Und nicht nur die ganze Zeit pervers und so Möchtegern sein. Das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm, wirklich. Leider Gottes. Wow. Wirklich wow. Also das war sowas von heftig weit entfernt von der Glanzleistung. So Panne gewesen. Also es ist halt einfach wirklich nur kleiner Teenage-Boy. so weit heftig entfernt davon gewesen, wie ihr ja immer so schön sagt, ein Mann zu sein. So. Angelo, ich bin 24. Grundsätzlich gefallen mir sportliche Frauen. Also Angelo ist auf jeden Fall rein optisch auf den ersten Blick auf jeden Fall mein Typ. Jungs, für euch ist leider vorbei erstmal. Mann, ein Schatz. Der 11. Mann ist da. Ich wusste es. Ich wusste es auch, Mann. Mann. Mann ist da ja so, ein 11. Mann. Ich wusste es. Dicker, safe Dicker. Ich schwöre, ich wusste es. Bin ich dir ehrlich, habe ich gesagt oder nicht, Bruder. Digga, fuck mich so ab, ich schwöre. Die hat immer noch, ich bin mir... Ist ja egal. Ja, also wir haben halt so ein bisschen Sex-Yoga gemacht. Nee! Mann, Alter! Alter, wie kann man denn so pannend sein? Hast du... Ey, weißt du, der wirkt auf mich wirklich so wie, ich hatte eigentlich noch gar keinen Sex, aber ich will so unbedingt... Nee, oder kurz davor das allererste Mal im Swingerclub. Es ist für mich auch ein bisschen erfrischend, mal kurz keinen Hass auf Xander zu haben. Aber das ist so heftig unattraktiv. Es ist... Wow! 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 Also Sex-Yoga? Nee! Du hast Sex-Yoga draus gemacht, du Panne-Mensch, Alter! Ich würde mich ja... Also das Ding ist, wir würden uns ja auch freuen, wenn wir Leute einfach mal gerade in dem Moment einfach so... Nee, so cool finden. Wir wollen ja nicht immer jemanden direkt so gar nicht leiden können, aber... Also sorry, Jungs. Ihr guckt ihr euch selber an? Julian, sitzt du jetzt auf der Couch mit deinen Präts? Ich glaube wahrscheinlich eher mit so jungen Girls. Ohohoho! Alter! Machher! So Macher! Macher bin ich! Digga, Alter! Was? Nein! Wir haben halt Yoga gemacht mit verschiedenen Stellungen. Auf einmal sind von der Partner-Villa alle Vergebenen an den Balkon gekommen. Und wir haben einen großen Mann gesehen und vier Mädels. So viel! Ja, es ist die Hälfte. Die Hälfte hier drin ist vergeben aktuell. Seit wann bist du Single? Ich war tatsächlich noch nie in einer Beziehung. Weißt du, wie der aussieht? Oh mein Gott, der sieht aus wie der Prince Charming von Staffel 2. Naja... Also auf jeden Fall von der zweiten Staffel, die im Oktober gestartet ist. Und da habt ihr jetzt ein Screenshot von. Mann! Muss doch jetzt so mal hier... Ach man, Alex! Mit Lauritz! Alex Schäfer! Alex Schäfer, Mann! Also halt noch nie. Max Mustermann, Alex Schäfer, what the fuck, Alter! Ähm... Ich wünsche mir so krass, dass Angelo ein cooler Typ ist. Und der jetzt auch noch ein bisschen weiter vorne ist, damit Alexander noch mehr Konkurrenz bekommt. Nein, ich bin ein Bauer. Was? Ein kurzer Schock. Da war wieder eine Dux-Schwimmer doch lieber. Ach Bruder, keine Konkurrenz. Guck mal das Gesicht an. Pfui! Ganz reudige Aussage. Also ich hoffe wirklich, du schädest dich einfach für die Aussage. Ich bin froh, dass es drin gelebt ist. Also das Ding ist, dass viele so ein Denken noch hatten, oder wenn man jünger ist, ja. Aber ich bin richtig froh, dass ich auch mich selber dann im Kopf schon zurecht drücke und sage, also lass sofort lassen. Wo man auch manchmal denkt, man denkt sowas und sagt dann, oh, ich bin ein bisschen reudig von mir, was soll das? Ja, aber er spricht es aus auch noch. Und er ist auch der festen Überzeugung, dass es okay ist, das jetzt auszusprechen und irgendwie... Es ist halt eine Unsicherheit, meine Mama. Lass es mal. Was, ein Date? Ja, wir beide. Augenbrauen. Ach so, Augenbrauen-Date, ja auf jeden Fall. Konkurrenz ist nicht klar. Fühlt mich wundern. Ja. Fühlt mich echt wundern. Sag mal, wo ist denn hier noch Platz? Ist kein Platz. Ist kein Platz mehr. Kommst du kurz mit? Ich hab da Yoga gemacht und auf einmal stehen da fünf Vergebene. Und eine Freundin hab ich auch gesehen. Hä, irgendwie war das immer ganz cool. Jetzt geht's in der Weyer. Es ist halt ihr Vertrauter. Finden wir das schlimm? Ja. Also naja. Naja, es ist halt so wirklich, Toni, den Kopf jetzt wieder anmachen eigentlich. Aber ja, sie sagt's ja auch im Interview. Sie wollte sich einfach komplett drauf einlassen. Nichts verdenken. Ich sitz so da, wie sie grad unten im Standbildschirm. Und frag mich wirklich, ob wir die Schau eigentlich, kann man die ja jetzt schon abbrechen. Du, Xander, so krass. Was ist jetzt noch ein Mann gekommen ist und so? Aber keine Sorge, hab ich noch die ganze Zeit an dich gedacht. Ey, und wenn Marcel weiterhin so scheiße zu Angelo ist, denk ich mir was aus. Ich hab immer noch keine Freundin. Boah, ich muss mir erstmal duschen. Ich fühl mich so durchgeschwitzt. Ich stink so. Ich dusch noch jetzt nicht zusammen. Warum nicht? Nein, eben. Lass uns morgens noch duschen, okay? Hör dich da die Eifersucht? Bei mir fängt langsam an, der Kopf zu rattern, wenn ich ehrlich bin. Ja, also Xander, der fängt glaube ich auch so langsam an, sich in mich zu vergucken, wenn ich ehrlich bin. Er hatte mir gesagt, er könnte gar nicht was anderes aufbauen, weil er mich so sehr liebt, dass es einfach alles eine Lüge war, auf dem ich gerade aufgebaut hab und weiß, dass es nicht der richtige ist. Ich glaube, ich möchte gerne an dieser Stelle diejenige sein, die hier dieses Experiment beendet. Ne, ich versuche einfach grad nochmal zu sagen, dass sie darüber nachdenken halt soll. Morgen ist immer noch ein Tag. Was ihr auf jeden Fall gebessert die letzten Tage, es freut mich. Du kannst mir auch vertrauen, das weißt du. Weißt du was, wo ich jetzt schon wieder wirklich unangenehm angefasst bin, dass sie da jetzt die Augenbrauen auf dem Bett macht und nichts hat, wo sie die halt rein, also kein Tuch. Das liegt dann einfach bei denen im Bett drin. Also so eklig ist es eigentlich nicht, weil es sind halt nur Augenbrauen, aber es ist schon irgendwie auch ungeil. Es sind Haare. Ich hab dir wohl auch mehr als signalisiert, dass ich auch Interesse an dir hab, aber dass du einfach zu drüber teilweise warst. Ich muss jetzt langsam abliefern. Den werd ich mir jetzt jeden Tag abholen. Und das zeig ich dir. Der war bestimmt mit deiner Freundin ausgemacht. Ja, Marcel, schön, dass du es geschafft hast. Ich find's nur schon wieder schwierig, dann auch zu sagen, ja, den hol ich mir jetzt auch jeden Tag ab. Den Kuss. Das kannst du aber wissen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich sag immer noch, für mich ist der Single. Ja, für mich ist der ja auch Single. Aber ich check auch Antonia nicht, wie sie sich da irgendwie an ihn rangekuschelt hat. Sah auch aus wie eigentlich kein Bock. Naja. Wiss ich nicht. Dann wird aber wieder rumgemacht. Ich, ach, kein Plan. Du weißt auch, dass du ein interessanter Mann bist? Hat sie zu mir gesagt. Haben rumgemacht, ne? Jetzt Schlafzimmer. Ja. Wow. Weil wenn ich mich hier umgucke, hab ich ja auch den... Diese Frau hat fast an jeder Hand einen riesen Ring. Wie? Die kann keinem Hallo sagen, weil dann brechen ihre Finger. Ja. Aber ich kann auch so nichts machen. Und hier hängt schon wieder sowas Fettes in ihren Ears drin. Ich weiß nicht. Ich glaub, die macht Earlobe Workouts. Dass sie das tragen kann. Ich hätte schon Kopfschmerzen nach einer Sekunde. Da hast Kopfschmerzen. Und ich finde das halt auch ein bisschen schwierig, wenn... Also hat sie jetzt nicht. Aber ich sag euch jetzt ein Ig noch von mir. Wenn das zu schwere... Ohrringe? Ohrringe sind. Und das dann so... Oh, zum Glück geht das bei Manny. Oh, love it. So ganz doll hängt. So ganz doll hängt. Weil das... Man kann ja nicht zu seinen Ohren. Aber bei manchen geht das ja hier nochmal so rein. Ja. Und dann hängt es noch mehr... Ohr Ig. Bei mir wäre es so. Ich hab so ein Ohr. Bei mir könnte das Läppchen richtig hängen. Aber bei dir ist nicht... Nee, ist auch nicht so. Aber das wäre so, wisst ihr, so... Das ist so ein kleiner... Ich wills! Oder bei Leuten, die mal Tunnels hatten und dann da Ohrringe reinmachen. Tunnels. Tunnels. Geht gar nicht. Das ist wirklich... Aber mach mal so weit. Das sieht einfach nur heutig aus. Lass einfach Tunnel drin. Wir haben 10 Betten und 11 Männer. Ein Mann fliegt. Und zwar jetzt. Du musst jetzt sofort entscheiden, welcher Mann fliegt. James. Liebe Männer, ab mit euch nach oben. Schon mal in die Lounge. Wir kommen gleich hinterher. Das ist ja einfach nur cool, dass sie da unten in diesem Puma-Käfig waren. Bestimmt. Dafür, um jetzt alle nochmal hochzulatschen, hochzuwandern, um zum Spiegelkabin... Kabinett. Das hätte ich nicht hingehauen mit dem Spruch. Mit den Betten. Cool. Also ihr könnt ja hier alle auch zählen, das ist ja im Bett zu viel. Und deshalb gehen wir jetzt hoch mit dem Manga. Ja. C'mon! Crank Game. Was sagen wir dazu, dass James raus ist? Juckt. Ja, juckt. Ja, also ist jetzt nicht die Wahl, die ich getroffen hätte. Nee. Ich hätte auch ehrlich gesagt irgendwie nicht damit gerechnet, dass es ihn trifft. Aber es ist jetzt auch nicht komisch irgendwie. Ich dachte, die nimmt wirklich Okan, weil sie ihm letztes Mal schon irgendwie mit bei den Wackel-Kanitaten hatte. Ja. Und der eigentlich auch erst gesagt hat, naja, die Dunkelhaarige würde dir schon gut stehen. Stimmt eigentlich. Aber er hat sie ja dann gut überzeugt, weil er gesagt hat, ich stehe doch blond eigentlich. Ich habe keine Freundin. Ach so, stimmt, ja. Nee, wenn du sagst, dass du keine Freundin hast, dann. Ja. Und James ist Single. Wenn da jetzt eine Freundin rausgewackelt kommt, hä? Also alle, die da drin sind, sind meiner Meinung nach an andere Männer vergeben. Meiner Meinung nach nehme ich auch. Ansonsten, hier kommt Fahrt auf. Mir macht es immer mehr Spaß. Wir hatten jetzt hier viele Küsse. Kusszeit. Ja. Ähm. Neue, man. Mhm. Ich weiß nicht, warum, du hast es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist, warum der erste neue Chris keine Vorstellung bekommen hat. Ob wir die noch zu sehen bekommen, dass wir irgendwas über den rausfinden. Weil der ist jetzt einfach drin und ich kann überhaupt nichts ihm zuordnen. Keinsterweise. Ja. Und ansonsten sagen wir erstmal, dass die beiden neun Singles sind. Ja. Aber ich freue mich ja schon total auf Maria und ähm. Josef. Jonathan. Ich möchte nochmal sagen, mir macht es auch Spaß und auch wenn wir uns hier heute viel aufgeregt haben über die Boys, insbesondere über Julian und auch wieder mal über Janine. Aber Julian war wirklich zu Recht. Ja. Macht das aber, ist mir das lieber, als wenn wir hier sitzen und einfach keine Gefühlsträgung in keinerlei Richtung haben. Weil es fucking langweilig ist. Also, deshalb heißt das nicht, dass wir keinen Spaß dran hatten. Ich hatte drauf. Ich hatte Spaß. Du hast ja auch mal mich aufzuregen. Ja. Das gefällt uns ja ein bisschen in diesem Sinne. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren und seid so, wie ihr bleibt. Tschüss. Tschüss. G coral. Gäser 1. Trä insurance.